Schluss mit dem Bullshit! Green Up! Natural Energy mit natürlichem Koffein aus Guarana. Green Up Your Day! Fünfter Spieltag in der Bezirksliga Gruppe 1. Der Tabellenführer FC Remscheid hatte am gestrigen Sonntag den Aufsteiger SC Sonnenborn zu Gast im Röntgenstadion. Nach zwölf Punkten aus den ersten vier Partien wollte der FC Remscheid seine weiße Weste behalten. Von Anfang an hatte der FC Remscheid die Partie in Griff. Aber erst in der 14. Minute markierte Alexander Stanujevic das 1 zu 0 für die Remscheider. Und dann nur zwei Minuten später der Ball kommt zu Goalgetter, fährt Ölker und der macht das 2 zu 0. Frühe Entscheidung im Röntgenstadion, dachte man. Aber dann in der 22. Minute Unachtsamkeit in der FCR-Verteiligung. Und die Sonnenborner nutzen die Chance zum Anschlusstreffer. Umut Satilmis mit dem Tor nur noch 2 zu 1 für den FCR. Aber diese Remscheider sind bisher in dieser Saison eine Klasse für sich. Wiederum nur zwei Minuten später der Ball kommt zu Marcel Elsner. Und dessen Schuss ist drin! Verdientes Tor für Elsner, einer der neuen tollen Spieler des FCR in dieser Saison. Und in der 32. Minute ging das Tore-Schießen munter weiter. Diesmal Manuel Fischer, der das vierte Tor für die Remscheider markiert. Es stand zu diesem Zeitpunkt ja schon 4 zu 1 für den FCR. Aber Top-Torjäger Ferhat Ölker markiert seinen neunten Saisontreffer in der 40. Minute 5 zu 1 für den FC Remscheider. Und wiederum nur zwei Minuten später macht dann Alexander Stanojevic das halbe Dutzend voll. Der FC Remscheider führte 6 zu 1 gegen völlig überforderte Sonnenbrunner zur Pause. Remscheiderbräu. Als Pilz, Duster, Helles, Scheps oder Festbier einfach genießen. Remscheiderbräu. Bergisch, würzig, lecker. In der zweiten Halbzeit nahm der FC Remscheider das Tempo raus und machte einige Wechsel. Aber es sollten noch weitere Tore fallen. Hier das 7 zu 1 in der 58. Minute durch Patrick Posavitsch, der auf links mal wieder eine starke Partie machte. Und in der 68. Minute dann wiederum nochmals Posa. Das 8 zu 1 für die Remscheider. Unglaublich. 8 zu 1. Man muss es öfter sagen, um es wirklich zu glauben. So sollte es dann am Ende auch bleiben. Der FC Remscheid gewinnt völlig verdient. 8 zu 1 gegen den SC Sonnenborn. Das zweite Heimspiel in Folge mit acht geschossenen Toren. Der FCA behält souverän seine weiße Weste und hat nun 15 Punkte aus fünf Partien. Weiter geht es für den FCA mit einem Auswärtsspiel am kommenden Sonntag bei Jugoslawia Wuppertal. Aber dann auf der ungeliebten Asche.